Wir verstehen uns wenigstens verbal und ob wir uns überhaupt verstehen, werden wir ja noch im Laufe des Abends feststellen. Ein ganz herzliches Willkommen hier bei uns in der Heinrich-Böll-Stiftung. Einen schönen Abend Ihnen allen. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier zu unserer Abendveranstaltung. Es wird eng, Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Akteurinnen ändern sich. Wie sieht der Anspruch und wie sieht die Wirklichkeit aus? Das wollen wir heute Abend diskutieren. Wir möchten erneut darüber sprechen, was die Ursachen dafür sind, warum sich auf der ganzen Welt die Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche, kritische Akteure so sehr verschlechtern. Was steckt hinter diesem Phänomen? Warum ist es so, dass wir seit mindestens zwei Jahren in einem noch mal rasanteren Tempo erleben, dass zivilgesellschaftliche Akteure, ob Journalistinnen, Bloggerinnen, Menschenrechtsverteidigerinnen, Umweltaktivisten, so massiv unter Druck der jeweiligen Regierungen kommen. Und Sie werden sicherlich auch schon mitgeschnitten haben, dass dieses Phänomen der einschränkenden Handlungsspielräume oder der sich schließenden Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliches Agieren sich eben nicht nur auf autokratische Regime bezieht, sondern mittlerweile auch mitten in Europa, wenn wir an Ungarn und Polen und andere Länder denken, angekommen ist, sind viele demokratische Länder darunter, die ebenfalls beginnen, in bislang unbekannten Maße Handlungsspielräume für Zivilgesellschaft einzuschränken. Ein Grund dafür dürfte sein, dass sich mehr denn je überall auf der Welt Menschen wehren gegen politische Willkür, gegen Korruption, gegen soziale Ungerechtigkeit, gegen Umweltzerstörung. Und eine der Reaktionen dieser weltweiten Proteste scheint eben zu sein, dass Regierungen und auch manche ökonomische Eliten alles dafür tun, ihre Macht zu behalten und das eben gleichzeitig damit verbinden, dass sie die, die protestieren, versuchen mundtot zu machen. Es gibt ein unzähliges Bündel von Maßnahmen, wie Zivilgesellschaft und ihre Handlungsspielräume eingeschränkt werden. Das ist ein ganzes Bündel von Gesetzen. Das sind sogenannte NGO-Gesetze, die vor allem die Lebenslinie abschneiden wollen zwischen ausländischen und inländischen Geldgebern. Wenn wir aber über Closing Spaces sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass es eben auch Antiterrorgesetze sind oder Mediengesetze, neue Internetgesetze, die massiv Grundrechte, fundamentale Grundrechte der Menschen beschneiden, nämlich das Recht, sich zu vereinigen, das Recht zu sprechen, das Recht, sich frei auszudrücken, zu versammeln und eben auch in Organisationen zu organisieren. All dazu gibt es sehr viel Literatur. Sie finden auch draußen einiges davon. Diese Veranstaltung hier findet im Rahmen einer Global Perspectives Konferenz auch statt, des International Center for Civil Society. Wir haben seit gestern hier 160 Organisationen aus aller Welt, die darüber reden, wie wir gemeinsam gegen diese Beschränkungen und dieses Schließen der Handlungsspielräume für Zivilgesellschaft agieren können. Zivilgesellschaft organisiert sich global, um diesem Trend auch etwas entgegenzusetzen. Und ich freue mich, dass viele unserer internationalen Gäste, die bei Global Perspectives teilnehmen, eben heute auch hier sind. Von daher werden wir sicherlich nicht nur hier auf dem Podium abbilden, was es heißt unter Bedingungen eingeschränkter Handlungsspielräume, der Repression, der Einschüchterung zu leben. Es werden sicherlich auch noch viele andere Beispiele aus dem Publikum genannt werden. Ich habe, wie ich finde, wunderbare Gäste heute Abend, mit denen ich das Thema diskutieren möchte. Wir werden das vorab, bevor ich die Gäste vorstelle, eine erste Runde der Analyse, der Bewertung haben, was bedeutet es unter Bedingungen von Closing and Shrinking Spaces zu leben und zu arbeiten und sich trotzdem politisch und mutig zu engagieren. Und wir werden in der zweiten Runde dann vor allem auch mit unserem Repräsentanten aus der Bundesregierung, Herrn Kitsche, nochmal gemeinsam darüber reden, was gibt es denn für Gegenreaktionen, was gibt es für Möglichkeiten, uns einzumischen, wie mischt sich Zivilgesellschaft ein, aber welche Rolle kann eben auch eine Regierung wie die Bundesregierung spielen, diesem globalen Phänomen etwas entgegenzusetzen. Wir müssen politisch handeln, um diesem nicht nur Phänomen, sondern globalen Trend eben auch ernsthaft und politisch entgegenzutreten. Ich stelle Ihnen unsere Gäste vor in der Reihe, wie ich Sie auch gleich einladen möchte, dann zu sprechen. Ich freue mich ganz besonders, dass Chuck Sopip hier bei uns ist heute Abend. Chuck ist geschäftsführende Direktorin des Cambodian Center for Human Rights. Sie ist eine führende Menschenrechtsbloggerin in Kambodscha. Sie schreibt Beiträge für Future Challenges and Global Voices online. Sie leitet das Cambodian Youth Network for Change, das vor allem eben auch junge Aktivistinnen für mehr bürgerliches Engagement mobilisiert. Warm, warm welcome. Chuck, it's a pleasure having you here. Zu meiner linken Seite möchte ich herzlich begrüßen Eric Guitari. Er ist geschäftsführender Direktor der National Gay and Lesbian Human Rights Commission in Kenia. Er führt derzeit eine Bewegung gegen Analzwangsuntersuchungen vor dem obersten Gerichtshof in Mombasa an und hat eine Petition eingebracht an das Verfassungsgericht in Nairobi, wo es darum geht, die Ungültigkeitserklärung von Kenias an anti-homosexuellen Gesetzen zu erwirken. Warm welcome, Eric. Nice having you here tonight. Ja, ich freue mich besonders, dass Maina Kiyai heute bei uns ist. Es ist nicht das erste Mal, aber ein erneutes Mal. Maina Kiyai ist Sonderberichterstatter für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit der Vereinten Nationen, UNO genannt. Er ist auch Gründer und Geschäftsführer der inoffiziellen Kenianischen Menschenrechtskommission und seit Längerem für den International Council on Human Rights Policy tätig. Er ist als Sonderberichterstatter der UNO einer derjenigen, der ganz früh diesen Trend der einschränkenden Verhandlungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Handlungsfreiheit von Zivilgesellschaft angesprochen hat. Und wir werden über ihn eben auch die Perspektive der UNO und wie er agiert auch innerhalb der UNO mit auf dem Podium vertreten haben. Warm, warm welcome, Maina. Once again, nice having you here. Dann möchte ich auch ganz besonders begrüßen Dr. Friedrich Kitschelt. Herr Kitschelt ist Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er hat viele Jahre im BMZ auch die Abteilung Afrika- und Lateinamerikapolitik sowie globale und sektorale Aufgaben verantwortet im BMZ. Und er ist eben auch mit seiner Kenntnis, vor allem auch der afrikanischen Region, vieler anderer Regionen und jetzt als Staatssekretär einer derjenigen, von dem ich sagen möchte, ich möchte mich jetzt ganz besonders bedanken dafür, dass Sie aus so hochrangiger Position hier aus dem BMZ mit uns diskutieren. Das ist ja ein schwieriges Thema, aber ein Thema, was Sie im BMZ ja auch beschäftigt. Ich wünsche uns jetzt allen eine gute Diskussion und werde mit Chuck anfangen. Chuck, please give us... Ich mache auf Deutsch weiter, sorry. The question to you is, what does it mean to live under conditions of shrinking and closing spaces like a country as Cambodia? And Cambodia just... It's okay, you have nothing to prepare. So please let us know, give us your assessment, your insight, what does it mean to live under these conditions? Okay. Thank you, Professor Barbara. And good evening, everyone, my dear CSO friends and also other sector. Welcome. And today is my great honor to join with a very distinguished panel, you know, with on my right side, Professor Mayna Kai. And on the left, with, you know, our National Commission from Kenya on the LGBT rights and also with this Dr. Friedrich. So I'm such, you know, excited and also thrilled to have a very well attended today. And, you know, like, in these recent months, if you all have followed Cambodia, but if you have not followed, I want to inform that Cambrian civil society have been experiencing new and alarming crackdown. And this phenomena somehow could be seen as the link to the coming election. We will have the commune council election next year and also the following year in 2018 will be our national election. So probably we could see this as a trend leading to the election. However, if we look at the global scale, this crackdown is somewhat familiar, you know, as a global trend to shrinking space. So therefore, you know, the experience that Cambrian civil society have faced may be not different. And in this few days of our conference, we have discussed a lot and we learned there have been a similar trend at how we as CSO, as civil society have experienced so. So if I look at, if I frame the experience or the challenge that civil society in Cambodia have faced now, I would look at three indicators that we have been facing. First is a restrictive legislation. And if we look at the legislation here, the Cambrian government have come up with a number of laws recently that aiming at to restrict the CSO operation, namely the law on association and NGO. And I think this have been familiar to Russia, Israel, or even India, you know, that come up with this kind of law. And for Cambodia, civil society, we have advocated a lot against this legislation. And somehow this NGO law has contained a number of concerning provisions, including the mandatory registration. And, of course, we all know by the international standard, the right to association should not be mandatory, subjected to registration at all. But the law now has legitimized the way that, you know, it criminalized the civil society operation if they are not registered. And secondly, it contains the provision that requires a civil society to maintain a political neutrality. And there's no clear definition of what political neutrality means. It can be subjected to arbitrary interpretation, like if you are criticized against the government policy or we are working on land conflict that often, you know, affected the government interest colluding with the business sector, of course, we would be seen as a political buyer. So this is quite concerning. And another concerning provision as well, it includes the way that, you know, any activity that deems to be affecting the public order or national security could subject it to dissolution or severe punishment. So this is very concerning. And it's not just the law on association and NGO alone. Threat union law. It's also targeting the union sector, the government worker. And moving from that, now the government also looking at the online space because a number of civil society public have tried to, you know, navigate from an offline world. We have been very restricted to the online space. And somehow now the government also, you know, they are also jumping to the online by using both carrot and stick. The carrot here meaning that they also try to impress the online presence, selling their policy, selling their image. But at the same time, they are targeting the online users that are critical against the government. So there have been a number of arrests or charges against online users. I raise one example. There have been a student who just posed a comment that, you know, who want to join colorful revolution with me. One day I will do that. Now he have been arrested. He have been in jail and charged to 18 months in jail on the charge of incitement. And can you believe that a student, a university student, can provoke the violence? That's what the government claim. So, again, you know, like this is legislation environment that have been restricting the operation for civil society like us. But not only naming this issue law, there have been other laws such as the law related to the electoral reform. There have been one of the articles that ban the CSO activity from conducting any election poll or survey or statement during the political campaign. And if we are doing so, you know, it can subject it to certain penalty. And even the election observer who, in the past, there have been a number of youth who take part as an election observer. Now the law also restricts in the way that if you are obstructing the election process or did not listen to the election official, you are subjected to penalty. So it is very restricting in that sense. And second, aside from legislation, we face now the judicial harassment. There have been a number of cases, including the recent one that NGO workers that support the human rights victim have instead, you know, received the appreciation of our effort, but now have been, you know, subjected to charge of bribery. And this NGO staff have been in jail for nearly 200 days already. and today somehow the court just ruled out that they have to be under pretrial detention for another six months because they have to collect more evidence, etc. But the fact that they are now in jail is really affecting, you know, the civil society as a whole, you know, the distance that they have been leaving from the family. It has a psychological effect on this person in detention right now. And there have been other judicial harassment, again, youth activists like environmental activists that have been, you know, instead of receiving the protection from our government because they have protecting the natural resource, instead they have been accused of ensignment because they have stopped the activity of the company or the, you know, private sector in exploiting the natural resource. And another indicator that I want to mention as well is the other form of intimidation or physical attack. We have witnessed the recent month in July somehow. It is shocking everyone, including civil society, because we believe that somehow Cambodian have moved forward from, you know, political kill, having a political killing to just having faced illegal harassment or judicial harassment. Yet in July this year, one of the independent political analysts have been stabbed while he's drinking his morning coffee. So, until now, there's no proper investigation and we civil society demand that the case have to be properly investigated, otherwise the culture of impunity will be persisted because these have experienced a lot with, you know, not only the NGO worker, the environmental activists, but also the journalists that have been killed and no justice. So, I would just conclude that, you know, given this shrinking space, given the stress that we have experienced, I think at least we, one of the positive legacy that Cambodian have received under the UN administration in early 90s is that we have been having a rich and vibrant civil society that we are capable to challenge with this threat with quite resilient. However, if the shrinking space and the threat that we have experienced so far would not slow down or somehow not reuse, I'm afraid that this will have a chilling effect in the long term on not just for Cambodian civil society, but the democracy as a whole. And I believe that this is something that we have to pay much attention and require international and also regional support to make sure that the civic space can be strengthened, not, you know, further shrinking or even moving to the close down. Thank you very much, Chuck. For all the facts and figures, sad facts and figures, your country is still far away from being a full-fledged democracy, that's for sure. And I, yeah, we will get back to what you think can the reactions be under these conditions. Eric, pass on to Kenya. Kenya has a vibrant civil society as well. It was known for that. On the other hand, minorities or those who are claiming a special sexual orientation have always felt criminalization. Tell us what's going on in Kenya on the issue of shrinking and closing spaces for civil society. Thank you very much. Generally, in terms of the closing space for civil society, what I would be speaking about is to belabor what my colleague from Cambodia has spoken about and also what you've been speaking about over the last few days. One of the biggest barriers to an open democracy, to effective civil society work has been legislation. Prior to this government being elected into power, there was the PBO Act, which was passed, the Public Benefit Organizations Act, which was passed, but political will has been lacking to implement it. And it was implemented this year, but there's been moves in the High Court to stop it. But even before it was implemented, last year, there were amendments which were proposed to make sure that organizations are working towards civil political rights, have more surveillance as compared to organizations working on socioeconomic rights in Kenya. There was interest in the amendments to make sure that people who were working on LGBT rights were grouped in the same sentence of the amendment with people who are doing espionage work and spying against the national sovereignty of Kenya. As an example of how our work is restricted, when we went to court in 2013, the organization that I work for, the National Gay and Lesbian Numerous Commission, is not registered in Kenya. So when we tried registering it in 2012, we were given rejections six times by the NGO board. So when we went to the constitutional court to question why we cannot be allowed to enjoy the freedom of association and the article that is six of our constitution, and we instituted court proceedings, there were folks from the National Intelligence Service who came to our office and one of the most profound things was when they called us to go to the DHL office in Nairobi to open boxes which had been sent from London, and the boxes contained case law and evidence and jurisprudence on the freedom of association for LGBT persons across the globe and they were asking us what was the interest of the people who were helping us. Surveillance is real and it's quite a threat but another restriction is the structure of violence that we get from the police in 2013 we wanted when we were doing the global action day against Uganda when Uganda passed the anti-homosexuality bill and we wanted to go and demonstrate outside the high commission in Uganda in Nairobi we were denied the license to do that and when we did that in defiance against the police orders the police came to arrest us but we ran away but a few things that I wanted to mention about generally on the restrictions on the civic space in Kenya is there's a fact of counter-terrorism where the public space is being militarized within the context of the war narrative which is a global narrative and you'll find organizations that are working with minorities who are asking the state to be more accountable and transparent on how they are addressing their issues especially marginalized communities within our country in the coastal region in the northern eastern region civil society organizations working in those areas are profiled and considered as part of the threats to our sovereignty and we've had organizations like Haki Africa and Muhri Muslims for Human Rights being closed down under counter-terrorism measures and having their banking accounts closed their systems hacked by the state with the state saying that these organizations are supporting terrorism so within this narrative there is a political sovereignty war that you've noticed even beyond the terrorism and war narrative there is this narrative especially in Kenya about the international criminal court and institutions or civil society organizations are working for civil political rights questioning the states asking the state to be accountable fighting impunity corruption and injustices especially against security agents they have been vilified as evil society as agents of western actors who are keen to dilute our sovereignty and get most of you might know that our president and our deputy president were ICC international criminal court inductees inductees for genocide and crimes against humanity and part of the people who did the groundwork to collect the evidence of these crimes were civil society organizations and sometimes government commissions on human rights and minor care is here it's been part of that process of collecting the evidence and there was vilification especially pitting people who were against impunity as people who were actors of western powers and there were practical attacks on the families of the people who were doing this work I don't have permission to say this but it was in the public context and platform that my family was attacked because of his work on fighting impunity with the international criminal court with the highest executive office in the republic so the whole polarization of identities between the good and evil society has been very very protracted especially when they invest on the divisions between the civil political rights and sociopolitical rights and creating a division between the civil society as an elite juxtaposing it against the mass how are LGBT organizations affected one I said we are not registered without registration we cannot operate bank accounts we cannot operate post offices we cannot operate fund records so we have to rely on other infrastructures and this affects our ability to effect our mandate as a commission that is meant to look to investigate to monitor to document to redress violations against gays and lesbians and bisexuals and transgenders and intersex people in Kenya and the non-registration what it does it places us outside the realm of recognized associations by the state we become pariahs we become outsiders we become illegitimate and what this has also been doing is that the state has been using this narrative to say that persons like ourselves who are working on LGBT quality in Kenya are agents and pawns in the larger game by the international community to dilute our cultural and national sovereignty so we are placed in a context of sovereignty wars then the long-term repercussions especially on the political and societal opportunities that we have right now is the one I don't know whether you will agree with me but if you look at this war context that we have right now I think we are in a situation where the Cold War is being fought in a very subtle way where Russia and the USA are fighting ideological battles and there are a lot of bonds in between and most of these bonds include the democratic ideologies the principles of opening up the political and civic space and it has resulted even beyond that for example I want to give an example there is a lot of complacency and fatigue by human rights actors because of the situation that we presented with an example that I wanted to give about the repercussions was when we went to parliament with Boniface Mwangi and Gasheka and others and we threw pigs in parliament to say that parliamentarians were greedy and taking over the future of the children of Kenya by increasing their salaries which are higher than the MPs or the parliaments in Germany and most European countries we were arrested and the court processes of our prosecution for taking part in disturbance of public peace taking part in a riot they took such a lengthy period of time and they were so repeated in a way that was meant to make sure that we have more time in court than more time on the streets and we have more time to worry about our security our jobs our future our deliverance to our civil society organizations than to defend ourselves in court but moving quickly in conclusion to political measures and solutions the shrinking space beyond the civic charter that we are conversing today we have domestic constitutions in our regions that people do not know or are not very much aware of the provisions thereof so one of the things that I believe in that is strong that we need to invest in is civic education to raise the consciousness of the people that the constituents that we present as regards to their rights so that they are able to articulate what issues they are facing other ground the second thing is litigation no we are coming to the solutions later please Eric I don't like to interrupt you at all but since we as I said in advance we would like to have two rounds first assessment and then solution and litigation is definitely part of the solution and to refer to the constitution as well so please let us get the others a chance to come in the round of assessments and then we will start with you with litigation and all the other ideas on the table okay for you I would very much to thank you for your great insights in Kenya thank you so much und ich soll deutsch sprechen hat Herr Kitschelt gesagt das mache ich jetzt auch meiner Kijai ist vorgestellt und gerade auch erwähnt er beobachtet seit wie gesagt seit vielen vielen Jahren was sich tut in der Bewegungs oder Nichtbewegungsfreiheit von Nichtregierungsorganisationen von Zivilgesellschaft von sozialen Bewegungen ich bin gespannt was er uns hier nochmal als Einblick gibt wie er auf das ganze Thema Problem Phänomen schaut meine it's your turn now thank you shall I speak in German as well if you like thank you very much and just looking at it in a global from a global context and I just like very much what Eric has just said in terms of the contestation between closed societies and open societies what he called the reemergence in a sense of a subtle cold war I think that's a very good place to start because I think it is a real thing but it's different from the old cold war of the 60s 70s 80s in very many ways one is that and one of the most important ones is that there seems to have been an acceptance especially in the west of the Beijing model of development the Beijing model of development it says that let's put money into the government let them try and lift people out of poverty which has worked in China for there's no doubt lifted a lot of people out of poverty and for those little issues like political civil rights we can forget them now this is exactly what the cold war was about in a sense but now the difference is that the west has now bought into that issue as well yet we know for sure that sustainable development can only happen when there's political rights civil rights and people have their freedom which is why when people in Tunisia went to the streets in 2011 over unemployment as a main cause one of the most important things they were chanting was freedom they wanted to be free so it's fascinating for me when I come to the west and I engage with governments and other people that they have bought even though they talk about they have they have a policy and they have ideals and a value system that respects democracy that respects the rights of people that respects all these freedoms but when it comes to countries outside of Europe they don't really care about those things and I think there are enough countries here who will tell you that often the west is actually in alliance with those forces that are killing rights and restricting civic space so it's very easy for us to sit here and say that oh these issues are happening in the global south in developing countries but they're happening yes there but they're happening with a connivance and sometimes support of the west and you can have many examples Ethiopia is a good example where I had a great chat once with a British official about Ethiopia and I asked them you know you've been giving a lot of money to Ethiopian government what is the purpose of this and they said well and they said yes we know Ethiopia is doing well it's doing well economically it's raised child mortality rates all those indicators were great and then I asked what about the human rights the fact that no NGOs now no human rights NGOs so well you know we have dialogue we raise these issues with the government and we have an annual dialogue meeting with the Ethiopian government I said very good how many years have you done this he said oh for five years and I said okay have you seen any changes in five years no I said why then why do you keep doing it if it's not working why are you doing it and similarly I had an example and feel forgive me Cornelius my friend here because again with the Dutch I had a meeting once with the Dutch and again on Ethiopia and they said oh well Ethiopia by 2015 will be the largest recipient of Dutch aid in the world and it is now Ethiopia is having serious protests their government has killed 600 people since August last year who are protesting Ethiopian model is under siege which is the Beijing model of development it is under siege so we have got to figure out how we are going to understand the Beijing model of development which does not work the one that the only model of development that works is when you put in a rights based approach that then takes care and values political and civil rights as much as it values economic social rights there is no doubt in my mind there is no other way around that I think and actually for us who are Africans this is nothing new as any African will tell you at independence in the 60s we were told that Africa needed to concentrate on economic development that the best because we are so poor after colonial rule and 100 years of colonial rule we are so poor that the most important thing for the government to do was to develop so forget about speaking out forget about opposition forget about rights forget about media we will develop 50 years after independence we had neither freedom nor development we were poor we were corrupt we were going sinking down everything wasn't working so for us in Africa we know the Beijing model does not work and so it's always always scary when we see when we see that the West is rebuilding and now supporting the Beijing model and there are many examples about it and around that that I can give you the second thing is the second issue for me which I find very disturbing globally is this whole idea now of the corporatization of everything everything is corporatized is companies everything is companies business 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 everywhere you go the major thing that governments want in Africa in Asia in Latin America in Europe is we want to do trade so for example in my country Kenya there's a new ambassador and I've got to say that when I first started doing human rights work in Kenya our greatest and strongest supporter was a German ambassador to Kenya Bern Mutzelberg he was absolutely phenomenal phenomenal he was clear he was concise and he still worked on trade and other issues as well because he knew that as a diplomat you could run you could walk and chew gum at the same time but now it seems that we're having a difficulty because the current German ambassador who's been there for a while I have never met her she's never looked for me Gladwell Oteno who is one of our leaders in human rights groups in Kenya has never been invited by the German ambassador she talks about trade 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 we're not saying trade is bad trade is not bad it's good but surely Germany a country that's powerful that's strong surely it can do trade and support human rights at the same time I'm sure it can can it not do so can it not do so the two things are not mutually exclusive they're not it's not mutually exclusive it is so important for me and I think it's so important that as we are building up companies as we're building up and when you look at the space that they give companies and it's interesting talking about terrorism Barbara as you said I was in Rwanda a few years ago on mission and I was talking to the government of Rwanda about how fast they register civil society and NGOs I said well for NGOs it takes about six months maybe one year sometimes I ask them why he says well we have to go back and check that they're not terrorists we're going to make sure they're not genocidaires we're going to make sure that they know how to run an NGO because they might steal the money and it's our obligation I said okay how long does it take you to register a company a company very proudly six hours go online do it you get a registration there and then I said you don't think a company can do terrorism you don't think a company can be a front for people who are denying the killings or the genocide of the past you don't think a company can do all these things that you want to do in fact honestly speaking the way the world operates on counterterrorism right now if I was a terrorist I would rather form a company than an NGO it's much easier you'll get through nobody will stop you doing anything nobody stops you it just doesn't make sense and when you ask governments they say well there are those laws we have the laws the normal laws to use I said then use the same laws for NGOs why can't you use it if you have laws that can take care of companies then why can't you use the same laws for NGOs so we've got this idea in the world today that companies are everything that companies will solve all our problems and yet we know what companies have done companies resulted in the recession brought the recession of 2007-2008 it was companies who were unregulated who were doing anything they wanted and that has hurt the world dramatically today so much so I mean and when you look at how if you look at how the impact of this modern globalization on labor it is incredible it's almost as though and when you look back again in the history of Europe and the history of the West for example labor grew up and was supported by the state because there was a realization that if you don't support workers if you don't support the people at the bottom the poor if you don't have a welfare state of some sort then you will attract communism you'll attract a form of reaction from people that could be violent it was it was a practical consideration from the time that was there but today we seem to think that there's no option we can make people poor we can take away social welfare we can take away trade unions and what can people do anyway what can they do what will they do so we've got a real problem in terms of the way we deal with companies and I'm not saying that I'm not anti-companies let me make it very clear in fact what I am for is using the standard that governments have given to companies to give it to every other association in the world simple as that and if we do that I think we're going to go much much further because a company is actually an association just like any other an association except that it associates for the purposes of profit but NGOs associate for the purposes of a cause whatever it is that we care about but it's an association by any definition of the word so these are the global trends again they're not for me they're not it's not a north south issue I can give you a thousand examples of how shrinking space has been curtailed in the west in the UK where I have I spent some time in the US I was there in July for a long long mission and was utterly surprised at how at how the states not the federal government the states act at the level of of Black Lives Matter and all that thing but I think one of the one of the joys about about some countries and let me say about the US was the resilience and the strength of those activists on the ground their refusal completely to give up and that's that really was a very inspiring thing that no matter what the governor of Arizona does no matter what the police commission the police chief in Arizona really nasty guy does people keep coming out and they demonstrate they protest and they protest so this is a phenomenon that affects everybody in the world and it's something for us to take care of and to focus on I think it's an important issue that it is really the defining part for our world today that if we can't get we can't solve this issue of the closing space for civil society we will lose our world as we know it and what comes out of that after that we don't know because civil society is the part that makes sense between the people and the state it makes sense of that yeah thank you very much ja herzlichen dank für dieses starke statement hat ja auch nochmal Bezug genommen dass es ja nicht nur politische sondern auch zum teil ökonomische Eliten sind die Interesse an closing and shrinking spaces hat Herr Kitschelt jetzt haben Sie hier Länderbeispiele gehört und auch den Special Rapporteur der Vereinten Nationen in Kenia ist die Bundesregierung mit BMZ-Mitteln vertreten in Kambodscha auch in vielen anderen Ländern wo sehen Sie denn aus Ihrer Sicht Möglichkeiten das zu machen was meiner Kijai gerade gefordert hat für Entwicklung einzutreten gerne auch für Business und auf der anderen Seite und gleichgewichtig aber bitte auch für eine menschenrechtsbasierte Entwicklung die fundamentale Menschenrechte garantiert was machen Sie da Vielen Dank Frau Unmüßig ich wollte erstmal Ihnen einen schönen guten Abend wünschen und Ihnen auch sagen dass ich froh bin dass ich hier bin heute Abend denn das Thema ist wirklich ein ganz wichtiges nicht nur für uns in der Entwicklungspolitik in der Politik überhaupt ich glaube meiner hat ganz zu Recht gesagt dass das eine der Zukunftsfragen ist die wir zu lösen haben wenn wir zu nachhaltiger Entwicklung kommen wollen aber ich bin auch gerne hier weil das Thema mich persönlich schon lange begleitet und sehr berührt ich will aber vor allen Dingen erstmal den drei Kolleginnen und Kollegen die gesprochen haben wirklich meinen hohen Respekt ausdrücken denn es ist die eine Sache wenn wir hier sitzen in Berlin in diesem schönen Gebäude in einem sicheren Umfeld und reden über Shrinking Space und das Ganze in einem Land auszuhalten wo sie nicht nur angefeindet sondern auch persönlich bedroht werden Eric hat mir gerade gesagt er kommt aus Meru in Kenia Meru ist eine mittelgroße Stadt in Kenia kann man sagen aber sie ist eben halt auch ländlich geprägt es ist ein konservatives Umfeld und ich sage Ihnen mich eingeschlossen auch wenn ich vier Jahre in Kenia gelebt habe ich werde Ihnen gleich davon noch was erzählen niemand kann sich vorstellen was das bedeutet für einen Aktivisten der sich in diesem lokalen Umfeld gegen die Behörden und auch gegen die viele Teile der Gesellschaft behaupten muss und dafür großen Respekt wirklich Anerkennung für ihre Arbeit sonst säßen wir hier nicht ich will das mal ich erinnere mich gerade ich wollte jetzt gerade überleiten ich will auch nicht zu lange reden aber ich erinnere mich an einen guten Freund den ich in Kenia habe immer noch er kommt er kommt aus Kizumu ich habe von 91 bis 95 in Kenia gelebt die beiden Kollegen aus Kenia wissen welche Zeit das war und mein Freund war damals wir würden sagen in einer Bürgerrechtsbewegung um sicherzustellen dass bei der ersten Multiparty-Wahl in Kenia ein einigermaßen faires Wählerregister rauskommt wir wissen alle was rausgekommen ist er hat an einer genehmigten Demonstration in Nairobi teilgenommen die Demonstration ich kann das gar nicht anders sagen ist von der Polizei angegriffen worden die Leute sind zusammengeschlagen worden sie wurden inhaftiert es gab keine medizinische Versorgung das Ergebnis ist als er dann wieder rauskam als er behandelt worden ist er hinkt heute noch das können Sie sich alle nicht vorstellen das ist sozusagen ein Teil der Realität dieser globalisierten Welt und ich komme darauf zu sprechen und ich möchte Ihnen einmal sagen wir unterstützen die Stiftungen nicht die Heinrich-Böll-Stiftung weil sie später dazugekommen sind aber die Stiftungen seit 1962 das ist die Zeit da bekam ich mein erstes Kinderfahrrad geschenkt und seit dieser Zeit ist sozusagen die Förderung der Zivilgesellschaft in der deutschen Entwicklungspolitik eine konstante über alle Jahrzehnte über alle Regierungen hinweg ich kann Ihnen sagen dass wir natürlich über die Stiftungen hinaus die Kirchen die Nichtregierungsorganisationen die Frauenaktivisten in einer breiten Palette von Sozialstrukturträgern bis hin ich kann es Ihnen gar nicht sagen eine Milliarde Euro jedes Jahr aus dem Haushalt meines Ministeriums investieren in Demokratie von unten zur Bildung von gerechten Gesellschaften und diesen Betrag haben wir in dieser Legislaturperiode um sagenhafte ein Drittel gesteigert ich will Ihnen mal diese Rahmenbedingungen ein Stück weit aufblättern ich habe meiner hat Äthiopien genannt zu der Zeit wo die Heinrich-Böll-Stiftung in Äthiopien unter Feuer stand waren wir beide im Kontakt und ich habe die Möglichkeit wahrgenommen die Sache gegenüber dem damaligen Premierminister Melles anzusprechen wir hatten eine Diskussion es war wir würden sagen ein Courtesy Call der war für eine halbe Stunde nach anderthalb Stunden habe ich dem Präsidenten gesagt Sie müssen sich jetzt entscheiden ob ich Ihren Finanzminister noch treffe oder nicht der wartet nämlich schon seit einer halben Stunde und es ging genau um dieses Picking Model of Development wie viel Freiheit kann sich eine Gesellschaft leisten wie viel Freiheit braucht die Gesellschaft um nachhaltige Entwicklung abzubilden wir waren in Äthiopien nicht besonders erfolgreich wie wir wissen aber auch in Kambodscha und das habe ich der Kollegin eben schon erzählt vor anderthalb Jahren waren wir mit der deutschen Entwicklungspolitik die einzigen die ein Vorhaben im Land gefördert haben zur Registrierung von Kleinbauern zur Registrierung von Landrechten für Kleinbauern Sie erinnern sich Rote Khmer die Landregister waren alle zerstört eine enorm wichtige Lebensgrundlage für jeden Kleinbauer der leben will und es stellte sich heraus dass die kambodschanische Regierung nicht bereit ist die international vereinbarten auch von der kambodschanischen Regierung ratifizierten Minimumstandards für die Anerkennung von Landtiteln umzusetzen und in dieser Situation habe ich diese Gespräche dort geführt mit mehreren Ministerien wir haben uns vereinbart damit wir eben auch unseren guten Willen zeigen organisieren wir einen Prozess sechs Wochen lang und testen aus ob wir gegenseitig bereit sind diese Minimumstandards die wir international alle vereinbart haben auch tatsächlich umzusetzen auch da waren wir nicht erfolgreich und ich bin nach Kambodscha zurückgefahren und ich habe in Kambodscha die deutsche Unterstützung abgesagt weil wir kein Feigenblatt für eine Regierung darstellen die so tut als würde sie nicht Regierungsorganisationen in den politischen Prozess hineinnehmen am Ende aber nicht zum Ergebnis kommt und ich habe in Kambodscha Interviews gegeben und unser Botschafter hat mir nachher einen schönen Packen von Zeitungsausschnitten geschickt dass es in der Presse gut angekommen ist warum erzähle ich Ihnen das alles dahinter steht eine klare politische Wertschätzung für die Arbeit von Zivilgesellschaft nach innen genauso gut wie nach außen in unserer eigenen Politik und auch in unserer Entwicklungspolitik nach außen für uns war und ist Zivilgesellschaft ein Motor gesellschaftlicher Entwicklung und jetzt sage ich mal was aus einer europäischen Perspektive nur nebenbei bemerkt wir sind 27 in Europa meiner Afrika ist 54 Afrika besteht aus Südafrika aus Kenia aus Ländern wie Zimbabwe aber auch Ruanda und genauso vielschichtig ist der Westen ich weiß nicht wen Sie damit meinen ich rede mal jetzt nur für Deutschland aber aus der europäischen Perspektive heraus das sollten wir uns einen Augenblick mal vor Augen halten das sage ich auch nicht als Entschuldigung für niemanden und nichts in der Welt aber unser Konzept von Zivilgesellschaft ist natürlich auch ein kulturelles Konzept es kommt aus der Aufklärung in Europa so lange ist das gar nicht her vorher hatten wir auch nichts mit Zivilgesellschaft am Hut es kommt aus der Aufklärung und auf unserem Kontinent und es kommt natürlich auch aus einer gewissen Demokratisierungsentwicklung über viele Jahrzehnte in einem Land wie jetzt nehme ich mal was außerhalb von Afrika in einem Land wie Afghanistan gibt es in Dari kein Wort für Zivilgesellschaft das Konzept von ehrenamtlichem Engagement von der Freiwilligen Feuerwehr bis hin zum THW und sonst was hier in Deutschland es ist ein kulturspezifisches Konzept und was immer wir in der Welt sagen wir müssen es auf die Kulturen der Länder der 54 afrikanischen Staaten der über 2000 Ethnien in Afrika und viel mehr differenzieren es macht überhaupt keinen Sinn wenn wir über den Westen über Afrika oder sonst was reden sondern wir müssen in jeder Gesellschaft Beteiligung von Menschen abbilden deswegen rede ich auch nicht von Demokratie ich rede von Teilhabe von Menschen in Entscheidungsprozessen und wenn ich sage ja wir haben wir haben diese Achtung vor dem Beitrag der Zivilgesellschaft in diesem Prozess ich kürze das jetzt mal ab das geht über die Menschenrechtsproblematik hinaus dahinter steht auch ein klares Staatsverständnis natürlich haben wir als Staat eine wichtige Aufgabe eine Rolle Verantwortung aber am Ende müssen wir auch unsere Grenzen als Staat kennen so funktioniert auch die deutsche Gesellschaft deswegen unterstützen wir zum Beispiel Stiftungen wie die Heinrich-Böll-Stiftung und andere deswegen unterstützen wir die Global Perspective und ich bin froh dass ich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen hier sehe die auch mit den Mitteln des BMZ an dieser Veranstaltung beitragen können aber lassen Sie mich noch sagen spätestens doch seit den SDGs muss doch jedem klar sein dass Zivilgesellschaft eine tragende Säule von nachhaltiger Entwicklung ist wir reden über Nachhaltigkeit wir reden über den fundamentalen Umbau unserer Gesellschaften das muss der Staat tun das muss die Wirtschaft tun das müssen alle gesellschaftspolitischen Träger tun die müssen da drin sein und zwar um eines zu schaffen nachhaltige Zukunftschancen für alle überall auf dem Planeten letzter Absatz dazu im Augenblick sind wir hier auf der Sonnenseite dieses Planeten heute nicht so richtig in Berlin sichtbar aber dies ist die Sonnenseite des Planetens 10% der Bevölkerung akkumulieren 90% des Reichtums wir maßen uns an als G20 20% der Bevölkerung 80% der Ressourcen dieses Planetens zu verbrauchen und nebenbei übernutzen wir diesen Planeten um das zweieinhalbfache zum Nachteil unserer Kinder und in meinem Fall auch meines Enkels dass das nicht nachhaltig ist das muss doch jedem in den Sinn kommen dass das eine Regierung nicht alleine machen kann muss jedem in den Sinn kommen und deswegen geht nachhaltige Entwicklung bei uns und woanders nicht mit weniger Zivilgesellschaft sondern nur mit mehr Zivilgesellschaft und dafür arbeiten wir ja herzlichen Dank auch Ihnen ich würde es jetzt um eine kurze Antwort bitten einigermaßen frage gerne nach ich meine Sie arbeiten in sehr sehr vielen Ländern in denen zunehmend die Zivilgesellschaft unter Druck ist ich würde es jetzt schon auch noch mal gerne etwas konkreter wissen wo Sie denn Ihre Handlungsspielräume sehen das wirklich zur Sprache zu bringen und ich bin jetzt gemein und wähle mal das ägyptische Beispiel Ägypten geht in eine Richtung wo ich sagen würde das hat nicht nur autoritäre sondern auch schon einige totalitäre Elemente so wie das Land regiert wird wir haben immenses Interesse mit diesem Land in einer Partnerschaft zu sein unter anderem auch weil wir Ägypten haben wollen um die Flüchtlinge uns vom Hals zu halten das ist der eine Punkt deswegen ist in der Diskussion dass mit Ägypten ein ähnlicher Deal gemacht werden soll wie mit der Türkei nämlich Entwicklungshilfe ich mag es jetzt mal ein bisschen grob und finanzielle Unterstützung dafür dass Flüchtlinge nicht übers Mittelmeer kommen das ist das eine und das BMZ baut gerade auch weiterhin die Entwicklungszusammenarbeit mit Ägypten aus und ich frage mich wirklich was sind das für Signale an eine Regierung die man unter dem Vorwand der Stabilität mehr oder minder legitimiert und gleichzeitig offensichtlich darauf verzichtet die schweren und schlimmen Menschenrechtsverletzungen mehr als 40.000 politische Gefangene sitzen in den ägyptischen Gefängnissen wie man das dann legitimiert dass man mit dieser Regierung arbeitet ich habe da ein paar Probleme damit also das erste was man natürlich sagen muss ist niemand von uns hat einen Königsweg ich auch nicht wir können auch gerne jetzt spezifisch über Ägypten sprechen ich werde auch gleich gerne dazu was sagen aber wie gesagt man muss auch aufpassen dass man Länder nicht jetzt heraushebt das Problem ist ja flächendeckend und genauso wie meiner das gesagt hat aber ich glaube es ist ein wichtiger Punkt schon mal zu sagen da gibt es Verantwortung von außen und zwar auch von Zivilgesellschaft von außen natürlich auch von Regierungen aber da gibt es vor allen Dingen Verantwortung von innen ich würde gerne auch über korrupte afrikanische Eliten sprechen ich würde gerne über entwicklungsfeindliches Verhalten von totalitären Systemen in Asien reden ich würde gerne über Demokratiedefizite in lateinamerikanischen Staaten reden ist doch überall dieselbe Strukturproblematik ja also deswegen mache ich sozusagen das ganze Bild auf aber was können wir tun das erste was ich ganz wichtig herausstellen wollte wir können zu zivilgesellschaftlichem Engagement stehen indem wir als Regierung deutlich machen so wie ich das gerade versucht habe wie wichtig das ist fundamental im wohlverstandenen gemeinsamen Interesse dass es keine Gefährdung und keine Gefahr ist sondern eine Stärkung und eine Chance das machen wir nach innen klar und das machen wir nach außen klar als wir zum Beispiel ein Jahr jetzt nach der SDG-Entscheidung in New York als erste gesagt haben Deutschland zusammen mit einigen anderen Staaten okay wir sagen was wir bis dahin gemacht haben in der Umsetzung der SDGs wir gehen im September nach New York und berichten der Weltöffentlichkeit wo wir stehen das hätten wir als Regierung alleine machen können haben wir aber nicht wir haben die Hälfte der Redezeit abgetreten an die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft unter einer Bedingung dass die beiden ein gemeinsames Statement entwerfen dafür haben die mich sehr geschlagen anschließend aber dann haben sie gemerkt ja so geht Nachhaltigkeit auch wir müssen diesen gesellschaftspolitischen Dialog auch aushalten auch als Zivilgesellschaft mit allen anderen Kräften aber damit wollen wir natürlich auch nach außen ein Beispiel setzen dass Regierungshandeln eine Sache ist die wichtig ist ihre Grenzen hat aber dass solche fundamentalen Umbauprozesse und da geht es ja um unsere Produktion auch um unseren Konsum wir tragen hier Verantwortung die Jeans kostet 9,90 Euro beim Discounter sie wandert 50.000 Kilometer um die Welt überall die billigsten Knöpfe und was gesucht werden sie verbraucht 10.000 Liter Wasser in ihrem Land in Kambodscha bekommt die Näherin dafür 30 Cent das kann doch nicht gut gehen und daran sieht man alle gesellschaftlichen Kräfte und auch jeder einzelne von uns wir müssen tatsächlich unser Denken und unser Handeln umbauen was können wir weiter tun wir können Zivilgesellschaft in den Partnerländern die wir haben stärken in einem Land wie Zimbabwe beispielsweise stärken wir ganz bewusst Advocacy Organisationen Organisationen zum Beispiel wie die ihrige damit sich auch über die einzelne zivilgesellschaftliche Entwicklung hinaus eine Struktur bildet die laut sein kann wir sichern das ab über politischen Dialog mit den Regierungen wir unterstützen die Kirchen wir im Extremfall stellen die Zusammenarbeit mit einer Regierung ein die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bestrafen aber die Menschen nicht dafür sondern verlagern unsere Kooperation allein auf die Zivilgesellschaft so kommt es zu solchen großen Zahlen wie ich sie eben genannt habe ihr Beispiel Ägypten es ist überhaupt nicht mein Thema irgendwen zu bezahlen dass er irgendwen im Land hält oder sonst was wir als Entwicklungspolitik schaffen Zukunftschancen nachhaltig für alle Menschen überall auf der Welt es geht um menschenwürdige Zukunft für Leute in ihren Kulturen es ist überhaupt nicht mein Thema an Migration zu denken Migration ist auch eine Entwicklungschance man darf das nicht glaube ich negativ sehen es trifft übrigens nicht zu dass wir unsere Zusammenarbeit mit Ägypten ausdehnen sondern ganz im Gegenteil die Bundeskanzlerin hat im Nachgang zu ihrem Besuch und auch im Dialog mit dem Präsidenten klar gemacht solange diese Fragen nicht gelöst sind werden wir keine Schulden umwandlung vornehmen das bedeutet aber nicht dass wir Zivilgesellschaft in Ägypten nicht stärken wir stärken sie sehr wohl wir machen nur nichts zusätzliches mit der ägyptischen Regierung diese Beispiele die kann ich Ihnen durch das ganze Handlungsfeld hindurch aufblättern selbst wenn wir Projekte mit den Regierungen vereinbaren dann steckt da viel Zivilgesellschaft drin wenn wir im Nordirak zurückkehrende Vertriebenen wieder versuchen in normale Lebensverhältnisse zu bringen dann tun wir das über die GZ aber umgesetzt wird zum Beispiel über die Welthungerhilfe das sind so typische Sachen keine einzige Regierung das wollte ich eben nochmal nachstellen klarstellen auch nicht in Kenia oder sonst wo bekommt von uns auch nur einen Cent in die Hand sondern wir schauen immer dass wir diejenigen auf die wir uns konzentrieren und das sind die Armen ganz besonders in den Fokus stellen das stellen wir mit unserer Entwicklungspolitik sicher ich räume ein dass das andere anders machen ist aber nicht mein Thema heute Abend sondern das ist die Tradition der deutschen Entwicklungspolitik ja erstmal herzlichen Dank herzlichen Dank herzlichen Dank auch für die ganze Bandbreite von Elementen dazu was Lösungen sein könnten oder wie wir beitragen ich möchte Erik jetzt die Gelegenheit geben das fortzusetzen was ich vorhin unterbrochen habe nämlich was sind aus deiner Sicht gute Ansätze Civic Space zurückzugewinnen für und Menschenrechte zu stärken und die verlorenen Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliche Akteure zurückzugewinnen Ich will speak about the experience on our ground one of the things that we have been successfully able to use is the methodology of litigation where you go to court and you question actions and decisions by the state and you question those decisions and actions grounded on what the constitution provides the framework for how the state is meant to operate and what I have learned is that beyond the complaining to international partners or seeking donor support there is absolute need for agency at the local level for people who are affected to influence or to ask these questions within the formal structures of government in a way that increases their agency the second thing has been the use of technology the use of media to network to build allies Gladwell Oteeno the organization that she works for they have this list of the Kenya peoples for truth and justice which is beyond civil society it connects people who are working for truth and justice in the country civil society organizations community based organizations sometimes private individuals technology can also be used to fundraise crowdsourcing for us who work on LGBT issues for example right now we have three cases in court one is in the court of appeal regarding registration of organization the second one is in the court of appeal challenging the government because the government subjected two of our clients to testing to prove that they were gay and the high court said that that evidence was legal and constitutional so in the court of appeal then the third one is where we are challenging the law that says that people like us are criminals in our country and all these cases require financial support for the lawyers to go forward and get them and most of time we learned that when we use foreign sources to support these cases it throws fuel to the fire where the state says that we are acting at the behest of foreign agents so technology has been very good at helping us in crowd our funding using mobile money transfers such as M-Peth and M-Shuari to get 50% of legal fees for our work and to also network with CSOs and allies I was speaking about civic education to raise civic consciousness because most of the time we sound to see for example the people who are seated here all of us here will represent organizations or institutions almost I can be corrected to almost mistake you all and I all of us here to be an elite group of people who are conscious about the closing civic space but the people that we represent on the ground the beneficiaries of the money that we contribute to a larger democratic space most of them do not understand these rights that they have and there's need for people to understand to know these rights so that they can be brought from the cloud space to the ground so they can work in their living rooms in their labor relations in their relations with the state so they can work when people are arrested by the police ETC there's also a need for us as civil society to introspectively think and balance our work there's a lot of us here who are driven either by passion and there's also a lot of us here who are just doing their job so that and it might sound mundane but the biggest challenge especially with civil society that I've seen is that people who are driven by fire by passion by a need for justice in their communities a lot of them are easily overtaken by the career NGO people who come and it's just work yes so and there's also as a means of regaining our civic space we need to intersect our struggles we need to learn that all oppression is connected the person who's fighting against environmental justice the person who's fighting against social justice minorities against gender equality against emancipation of indigenous communities it's the same entity that we all litigate against the oppressor is one but the oppression is like a round circle but the oppressor is the same so if we have a consciousness to see that all oppression is connected and connect and intersect our struggles I mean stream our work in a way that identifies the oppressor as one without making our issues a silo issue or a separate issue especially when we are so fatigued that we just want to focus on our issue alone that can help to re-energize and re-oxygenate the blood but the last thing I wanted to say especially in the global politics was that we are in this space where the political economic interests of war are such that that we are in a global situation where we are speaking about security and stability and sovereignty of our states closing borders protecting ourselves it's a very narrow way of thinking that takes us back to 1930 1940 before we formed the UN when we had the League of Nations and what that threatens and especially for those of us who are working on opening the civic space is that it's an ideological war we are being taken back to a point in history where we say it never again will we allow ourselves as humanity to go back to that point where we lost our shared humanity and if we are able to find a narrative or if we are able to find a consciousness that allows us to change our shift and focus as Minor K was saying if we are able to use up front in all our work I think that would be really useful to integrate human rights governance in our spaces and the last thing that I wanted to say is a warning that I know especially in the context of surveillance and where the state pretends most of the time to be a broker between civil society and the power bearers where the state sometimes wants to be friends with civil society where the state sometimes co-opt civil society to be a function of the state to provide socio-economic services but sometimes where civil society is told by the state we can help you do this thing if you do this this and this I wanted to say that as an example for Kenya Kenya is at a point where in the sector that I work on civil political rights and social economic rights of LGBT persons where we are at danger of pink washing Kenya is following the example of Israel and Turkey when it comes to its approach of civil political rights and Kenya is keen to use gaps and opportunities presented by the human rights movement to make sure that they are able to maybe run with contested rights such as LGBT inclusion but separately militarize the state and make sure that they use the narrative of counterterrorism to close up the civic space thank you thank you very much for your concrete solutions as well and the combination of reclaiming where we are coming from the human rights and what makes it worthwhile to reclaim it Jack once again you had to wait a long time now I'm really looking forward in getting your ideas how to be able to regain civic space sure so I think first of all we acknowledge that the civic space has been shrinking but to let this become the victory it is like we are giving up so first of all the principle way forward is that we are aware that being human rights activists being in the human right field we know the risk so being persistent and play out our mandate is important otherwise we just let the restriction become the victory and then I think if we let it happen we should not be in the civic space or being the civil society actor anymore I think that is the grounding rule but I think despite this ongoing threat I think the good news is that civil society like us have become working closely together we become more united and this is the it it have been proven effective way on how we can challenge with the threat that the government or any actor have been putting forward because when you acting together it makes the government hard to suppress us it make much effort them to continue the threat or to target us legally or judicially so I think the second recommendation that I put forward is being united standing together in certain course and of course I think it's very important when we acting together it has been proving positive outcome for example from Cambodian context given the recent arrest of human rights defenders we together with not only the local but regional and international organizations have joined together around 50 organizations come up with a campaign to demand for the release of the five human rights defenders that are now in jail and with ongoing effort I think somehow we can push to a number of players including the UN level I appreciate here Professor Mina together with I think three other UN special reporters have put forward statements condemning the arrest demanding the release and also even the UN special reporter recently that have been receiving a criticism of being silent have also spoke out on the human right abuse and expressed her concern on the case so I think being united and persistent to advocate with key players will prove certain success and with that also I think the role international community is very important to show your stand with civil society like us and I think we have appreciated a number of international communities including the chairman one that have been showing my support on the cause for promotion of human rights and democracy in our country but also we should not forget that you know how this international community can support CSO abroad is to lead as example because there have been a number of cases that our government back home justify their actions saying that look US look other countries that are claiming to be democratic country also abuse the protesters also crackdown protesters so I think take lead by example here meaning that you know the German or other should also respect the fundamental freedom inside your country so that it make our Cambrian government back home or other government elsewhere in Asia for example can claim that look this is the principal role that government have to respect and I think moving next I think my proposal would also you know like we should come up with a project that can respond to the need of human right defender at risk and this includes the legal support material and psychological support as well and I think it's very important we have experienced a number of activists that have been in jail have a consequence on their mental being well-being so the psychological support to activists at risk is also important and to ensure that the family of the activists that are under stress have been well-supported so that it let the activists that are in trouble persist and continue their activity because they feel that their family have been well-supported and and also with all this project and having an event that allows the space where activists not only in Cambodia but in the region and elsewhere to be able to meet this global perspective so that we can exchange the information we can exchange experience is something that is very crucial for us to sustain the civic space sustain the civic movement here and I think to have all this the continued support from the international community financially technically and also you know social stand with civil society is very important and I urge here again you know like the joint force will prove that you know the restriction to the civic space would not be the victory we will win the battle and I think it is very important that we stay strong thank you thank you so much you are encouraging and I'm looking forward now in getting to know minor suggestions and what works globally you think I think one of the most important things in terms of what works is consistency and you just mentioned some of that where that within the countries within those countries that espouse publicly that they care about human rights and democracy that they also maintain that now we don't expect that democracy is perfect that what goes on in your countries is perfect but at least there's a sense that when something is going wrong there's an attempt to address it and redress it so we can see that so I think that's an important part and I think the way Europe dealt with the refugees coming in did not help the cause of human rights and democracy across the world because we know for a fact that EU broke international law and they just smiled about it and went on so that kind of thing doesn't help and it would be good to see a push back from civil society in Europe but also as well be useful for that so that consistency is important but the other part of consistency is let me use the example of Uganda because Arthur LaRock is here a few years ago the Ugandans the Ugandan government was pushing supporting a law that would outlaw the anti-homosexual act there was outcry across the world rightfully so against that law and everybody came out Europe came out US came out but what was strange and what weakened that call was just a few months earlier the government had passed the public order management law which was prohibiting people from assembling there was so little reaction from these same governments on that law so they seem and that law was restricting actual civic space actual the ability of groups to organize the ability of groups to demonstrate the ability of people to walk to work even it was being restricted and then and there was little very little resistance to it and then you have the anti-homosexual act and they come out strongly that does not help the cause at all as I said I never understand this because it's not an either or situation you can do both and it just seems sometimes to be so hard when you talk to the diplomatic community they seem to think it's either this way or this way and I don't know why they think that because it's not necessarily true so I think that consistency is important the second the second thing the second the other thing I want to say is that is sometimes there is and this happens in Europe a lot there's a tendency to hide within the whole rubric of the EU we are part of the EU 27 countries are you 27 or 28 still still 28 hide within the rubric of the EU and we did this as the EU and then you wonder that's what you expect from a small country like Latvia or from Greece Germany to hide within we did this as the EU Germany is not Greece it's not Italy it's not Luxembourg this is Germany for crying out loud it's a German it's a powerful country and you don't see Britain hiding behind the EU even when they were in the EU properly but it's something that Germany can do it doesn't have to hide within the EU it can have its own actions that are in line with the EU but separate from the EU as well again it's not an either or I don't get that whole thing the third thing for me is that and this is a fact that globally I think CEDA Sweden is the world's largest supporter of civil society and a third of its funds go to civil society that's a fact now it's a third only most of the development assistance goes to governments there's a sense within the world that it's better to support governments and the supply side a lot of that now has been moved with terrorism war and terrorism security now refugees trying to figure out how to deal with it and I think those figures are upside down those figures should indeed be supporting civil society so that they can hold governments accountable and they themselves can create and provide the means in which their society is created when you have a strong civil society they will make the demands to reform the security services strong civil society will make the demands to change electoral laws but this whole idea that the best way of putting money is to put it into government for me is a trend that I find very difficult to comprehend and linked to that because I used to be in a government agency before in a prior life is that I discovered that the demands for accountability for civil society and the demands for accountability when you're in a government agency are night and day if you're in a government agency the assumption that you're doing something right oh here's the money here's a check go ahead and do your stuff if you're in NGO all those indicators you have to look for and you have to find the log frames are incredible incredible it just I never understand this it's almost as though governments think that people in civil society are more likely to steal than people in government yet corruption is by governments you know I never get this and I never understand this rationale so I'm putting across some things which I hope you can take seriously in terms of moving this thing forward diplomatic action is crucial and you talk about global solidarity diplomatic action is useful and sometimes it's financial but sometimes it's also solidarity and being seen with you and when people can be seen for example with LGBTI community in a way you can get not just western diplomats but get others who are not western in terms of it it's useful when people are in trouble just being seen have to be seen with somebody who seems to be powerful and respected makes a lot of sense which is one of the reasons why I have a lot of support for the work of PBI in public PBI means Peace Brigades International because when they go out and support different people individuals it makes sense and the third thing as well to link in that context for me is it's great when we're able to find ways to link development and human rights together and you're able to work at the two of them together I think Bread for the World probably is one of the few organizations that tries to do that well and maybe there you go okay but I think it's a great thing and I think it's something to put it but again if you ask people who do human rights if you look at the global budgets that go towards development and then go towards human rights and democracy they're vastly different vastly different vastly different it's the biggest organizations are development humanitarian organizations because they get support easily but human rights it's very difficult to fundraise on the streets maybe amnesty does that sometimes and does it well but very few people are able to get able to get on the streets and get funding from people and I know in Bangladesh you probably would not be alive if you stay on the street asking for money to fund a human rights organization so there are many things there and the last thing which I think for me is really crucial if you might don't mind two things the last thing for me is the question of protesting I totally believe that people should protest every day if you can just protest even if you have no reason just protest go and protest just protest I'll tell you why and I think it's an important thing because it is through protests that we come together as collective and we raise our voices and it's useful to do so even when it's not a tough issue tough issue yes non-tough issue no just get out let people get used to seeing people on the streets the streets are as the European court has said the American commission has said the street is as much you have as much right to protest on the street as you have a right to drive on the street it is equal usage so we have to reclaim the streets and I think the most important thing we can tell governments even here in Berlin and I hope we can protest often we need to protest because it's important and I think it's also very liberating for us when you go to protest I've not seen a protest yet but you protest by writing and drawing the cartoons but protest is not a bad thing and I think we should keep people protesting because it is healthy but also I think it's important that states know and because also it is a fundamental right it is a right that's there it's guaranteed it's an important right if we don't use it we could lose it thank you so much wir haben jetzt so viele ermutigende und anregende Vorschläge gehört die wir uns alle auch selber auf den Zettel schreiben sollten ich möchte Ihnen jetzt noch die Gelegenheit geben auch Fragen zu stellen möglichst nicht lange Co-Referate zu halten wir möchten ganz gerne weil auch viele hier schon den ganzen Tag sind um neun möglichst pünktlich hier raus bitte melden Sie sich das Mikro kommt zu Ihnen weil wir müssen ja auch die Übersetzung garantieren da hinten gleich bitte nochmal Sky ich versuche sie im hier okay oh je da drüben auch okay sind Sie einverstanden dass wir jetzt eine Fragerunde machen und dann nochmal eine längere Antwortrunde ist das okay okay versuche sie alle dranzunehmen okay go ahead okay thank you very much my name is I come from Kenya Madara social justice center I have two two questions one for minor care and my friend and the other one for the state secretary Kenya has received a good amount from GIZ German government in part of pushing in part of pushing transitional justice you two what has happened that we have a failed democratic transition we have a new constitution with human rights values but it voted in human rights violators and minor care you have been there in the last 20 years pushing for democratization in Kenya what has happened that this alternative leadership has not emerged to implement the new constitution and my question to the state secretary I was coming here I was invited by international center for for civil society and peace brigade international I went to the embassy I submitted my papers and I met your official there who told me you can't go to Germany you don't you are not you are not employed your bank account has no money to maintain you in Berlin it is through PBI who they have peace brigade volunteer who accompanied me in the embassy again I submitted my papers it is after the many letters and intervention and many calls from the center that is when I received my visa to come here my question is as a human rights defender I am an agency in defending civic space if you your embassies in Kenya and minor care has alluded about your ambassador and you you are there in 1990 the 1990 German ambassador stood against dictatorship until one time he was expelled saying no you have to allow right to assemble right to picket what has changed the German government values of democracy and human rights have eroded today your ambassador is only meeting the president and saying okay we need investment we need investment what is happening yeah so I come from the sunnenseite I have a question I have a question I have a question Milliarden ausgeben für zivilgesellschaftliche Aktivitäten und auf der anderen Seite zig Milliarden einnehmen, weil sie an Saudi-Arabien Panzer verkaufen und Heckler und Koch und dort sitzt ein Blogger, der wartet auf seine tausend Stockschläge und der sitzt nicht auf dem grünen Sessel, sondern in einer ziemlich hässlichen Zelle, dann scheint mir das ein Missverhältnis zu sein, wobei ich mir bei der Heckler und Koch noch nicht mehr so sicher bin, weil die schießt ja bei 40 Grad plus wohl nicht mehr so genau. Nein, ich habe eine Frage an Sie, ich darf das sagen und das ist das Gute, ich werde nicht verhaftet, wenn ich hier rausgehe, das ist in anderen Ländern nicht so, das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich habe in Ostdeutschland im Gefängnis gesessen beim Ministerium für Staatssicherheit, ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, aber ich möchte mich bedanken und das ist mein Statement eigentlich, ich war nämlich eine halbe Stunde früher hier und habe mich hier sozusagen eingeschlichen in Ihr Buffet und ich habe ordentlich gegessen und zwei Glas Wein getrunken, bevor man mich erwischt hat. Dann hat man mich sehr unfreundlich hinauskomplimentiert und die Dame an der Tür sagte dann zum Schluss, na, sind Sie satt geworden? Also ich bin satt geworden und an die Dame, erst kommt das Essen, dann kommt die Moral. Dankeschön. Hi, I'm Debbie, I'm Malaysian, working on ASEAN in Burma and based in Thailand, where I am a threat to national security and actually banned. Now, I don't have a question to ask, but I would like to make a recommendation. One of the big problems that we are finding, especially in closed shrinking spaces, is that we are not getting the backup at international community level. This year, for the first time, the EU refused to table a UN General Assembly resolution on Burma, Myanmar, saying that there's progress has been made. At the same time, within days of this announcement, the government issued orders to destroy Muslim buildings in Arakan State, mosque, homes, and businesses, saying this was illegal. And they cut aid to internally displace Muslim Rohingya in Arakan State, and they blocked aid to internally displace people in Kachin State, where St. Roy is from. And at the same time, the National Army stepped up attacks in Kachin State against civilian targets. So, in this case, there was a one-eyed policy of saying, OK, Aung San Suu Kyi is now in charge, everything is happily ever after. And it actually was such an irresponsible move, because it pulled out the carpet from under two significant populations affected by violence. And now, we also have this very chilling effect of the King of Thailand's demise. He died two weeks ago, and all of us are freaking out, not because we are monarchists, but because the military regime of Thailand has used the national grief as a cover to even shrink the civil society space, civic space even more. They've strengthened their cybercrime law, they have actually requested extradition of people accused of less majesty to other foreign countries, and they have actually encouraged civil mobs to go around harassing people for not wearing black. So, we have to be very, very careful. I know in Europe, there's a special place in the heart of Europeans for Thailand as a holiday destination, but we really need to be quite consistent about making sure that all of these dimashes, all of these statements are made in public, are made in a transparent manner, or else the space is going to shrink even further. Thank you. Thank you. Before I make my comment and suggestion, I would like to mention the great... Sorry? Ah, okay. My name is Jabir Derala from Civil. It's a human rights NGO from Macedonia. Otherwise, I'm dark forces, according to Prime Minister. Well, before I make my comment, I'd like to stress the very important and really long-lasting effect and impact that two diplomats from Germany have made in our country. It's Ambassador Gudrun Steinaker, who is now in Montenegro, and now the current Ambassador, Dr. Kristina Althauser, who are really outspoken and use the maximum of their diplomatic capacities to help us. Please do so. Please do so. Please do so. If you have any capacity, please do so. And also, the whole personnel in the embassy is extremely helpful in terms of advice and support, which is sometimes much more important than any financial support. However, I'd like to make a point, but before that, I want to say that I fully feel, I most sincerely feel with all people here who come from countries where the boot of the police and military regimes are really taking lives every day and night. I also want to say that people in countries where velvet autocracies, even dictatorships, also take lives, maybe not in large numbers or maybe not in large numbers at once, but it is quite difficult to live in a country where maybe Internet is not shut down. But then the government is listening to 26,000 people, including 100 journalists and CSO leaders and activists, including myself, for five years, from 2011 until very recently, and maybe even now, because they didn't deliver the materials to the special public prosecutor, to prosecute crimes that are related to this. And, of course, one of the crucial witnesses now is missing because he got killed or, according to the official version, he committed suicide with three bullets in the chest. Well, I'd like to skip to the conclusion. What we are dealing here now, ladies and gentlemen and friends, is that we need to face the challenge of regaining civic space in the minds and hearts of people. It's not only the physical or internet space. It's the minds and hearts of people that are completely corrupt by apathy. People like control. Majority of people like control. People like control. And that's where we are. We should wake them up, awaken the human that is always rebellious, as it was indicated in many of these speeches these two days. Thank you, Barbara. My name is Didem Eydermas, and as you hear, I'm actually a German Turk, you hear by the name. I just finished my PhD in political science, environmental politics, so I hope to be here more often. So, Turkey. I'm not going to talk directly about it because I still have to go back and I'm a little bit afraid. Like, I have been imprisoned for marching without weapons, which is like a really big crime, right? What I always miss is the trade-off between different human rights. Like, the thing is, okay, we are talking always about democracy promotion, but sometimes giving people more rights to vote doesn't mean that there's more rights in other fields. Especially with LGBT rights and so on. There's a problem. The majority is not pro-LGBT, and then they get to vote on the issue? We don't have a chance. And then there's a different one, which is like, to my fellow German citizens. There's something really big we could do about this whole, like, autocracy thing. It's boycotting. We saw 30,000 people going on the streets for this dictator, and nobody... We go to Kreuzberg and everywhere, and all the hipsters, and everybody goes and eats at those places. And for me, as I lived seven years in Istanbul, it's really, really scary. How, on one hand, we are like, always staying here, and on the other hand, we're not doing anything against having our döner every day there. Thanks. Sorry for being a bit of time-pressuring. Just one more, and then I would like to... I cannot... Hello, my name is Jonathan Kosick. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Dr. Kitschelt. Sie gehen schon in die Richtung von der Frage vorher von Frau Unmüssig in Bezug auf Ägypten. Die Frage haben Sie ja gut umschifft. Jetzt möchte ich nochmal fragen, wie es für Sie vereinbar ist, dass Sie einerseits hier sitzen und vom Ausbau der Zivilgesellschaft sprechen und von Demokratie und andererseits aber menschenrechtsverachtende Regime unterstützen und finanzieren. Genau, zum Beispiel in Äthiopien, Eritrea und im Sudan. Sprichwort, weil Sie jetzt schon nachgefragt hatten, Khartoum-Prozess oder Migrationssteuerung. Im Sudan zum Beispiel, passt vielleicht auch zu Ihrer Nachfrage gerade nochmal, ist das GIZ jetzt dafür zuständig, Grenzbeamte auszubilden. Diese Grenzbeamten, den Grenzbeamten wurde vorher schon menschenrechtsverachtende Aktionen vorgeworfen und das halte ich für äußerst bedenklich. Wie können Sie garantieren, dass unsere Gelder, die wir ausgeben, unter dem Mantel Entwicklungspolitik vor allem nicht für Menschenrechtsverachtungen genutzt werden? Ganz konkrete Fragen. Jetzt geben Sie bitte noch der Dame hinter Ihnen und dann bitte ich Sie um Verständnis, dass wir die Liste schließen. Ich versuche mich auch kurz zu halten und meine Frage, glaube ich, schließt sehr gut daran an und zwar der Ansatz mag ja, ja ich bin hier im Moment in dem Praktikum in der Entwicklungsevaluierung und studiere sonst eine relativ breite Palette an Geisteswissenschaften in Freiburg. Der Ansatz mag ja sehr menschenrechtsorientiert sein, aber Sie haben gerade das Beispiel Kambodscha auch genannt, da hat das vor allem bei den Land Concessions ja oft nicht funktioniert. Und dass das evaluiert wurde, ist erst auf vehementem Druck der Zivilgesellschaft entstanden. Gibt es irgendwelche Vorstöße oder Ansätze in der Politik und zwar ganzheitlich, nicht erst dadurch, dass NGOs Druck machen, die Politik im Nachhinein auch zu evaluieren, beziehungsweise ein Auge drauf zu haben, ob es tatsächlich nicht zu Menschenrechtsverletzungen durch die Zusammenarbeit kommt? Okay, wir machen jetzt die letzte Runde. Sehr viele Fragen gingen an Herrn Kitschelt, die konkreten vor allem. Ich möchte Ihnen jetzt auch gleich die Gelegenheit geben zu antworten und wenn Sie noch einen Schlusssatz sagen wollen, gerne drei Minuten. Aber dass nicht nachher einer sagt, ich hätte irgendwas im Schiff hier. Also meiner, ich wollte Sie erst mal fragen, ob Sie vielleicht letztes Jahr im Sommer Fernsehen geguckt haben, jedenfalls deutsches Fernsehen oder europäisches Fernsehen. Und ich weiß nicht, wie dieses Land sich weiterentwickelt. Aber ich glaube, in 30 Jahren werden wir vielleicht auf wenige Sachen in diesem Land stolz sein, die jetzt passieren. Aber die Bilder, die im letzten Herbst über die deutschen Bildschirme gingen, vom Münchner Hauptbahnhof. Darauf werden wir auch in 30 Jahren stolz sein. Und ich sage Ihnen, die Antwort Europas ist unglaublich kleingeistig. Sie ist politisch unzureichend, sie ist aus einem moralischen Standpunkt heraus unakzeptabel, sie ist aus einem humanitären Standpunkt heraus unakzeptabel. Deswegen greife ich gern das Wort auf. Leading by example. Wir machen es anders. Nach innen und außen. Die Heinrich-Böll-Stiftung, 27 Millionen im Jahr, unabhängig. Ein Ausdruck von pluralistischer Demokratieverständnis in Deutschland. Von der Rosa-Luxemburg-Stiftung bis zur, ich sage jetzt mal Friedrich-Naumann-Stiftung, aber es muss nicht ein Kontinuum sein. Hans Seidel kann man auch nennen. Alle unabhängig. Zivilgesellschaft unabhängig. Protest fein, überall, gerade in Mitte, da wo wir sind, jeden Tag. Aber die Zivilgesellschaft hat auch Verantwortung über Protestlösungen. Und deswegen haben wir zum Beispiel den Zukunftskarta-Prozess, den wir in dieser Legislatur gemacht haben, SDGs. Wir hätten ein Regierungsdokument machen können, so wie Sie die UN-Dokumente machen als Rapporteur. Wissen Sie, was wir gemacht haben? Wir haben eine Plattform geöffnet im Netz und es waren über 2000 Organisationen, die den Text geschrieben haben. Es hat dann aus der Mitte der Zivilgesellschaft heraus Rapporteure für die einzelnen Nachhaltigkeitsfelder gegeben. Und die Bundesregierung hat sich rausgehalten. Und das haben wir nach New York getragen, weil wir davon überzeugt sind, dass es ein gesellschaftliches Projekt ist. Es funktioniert nur, wenn wir alle, jeder einzelne von uns und jede einzelne Organisation mitmacht. Dafür stehen wir ein. Mehr kann ich jetzt hier dazu nicht sagen. Und der Kollege aus Kenia, ich weiß, es gibt überall Licht und Schatten. Und ich sage auch wirklich nicht, dass überall alles toll ist. Aber es ist auch schon mal gut, dass Sie jetzt hier sind. Und Sie sind hier mit einem Programm, was mein Ministerium finanziert hat. Und ich finde, das müsste man mitfinanziert hat. Ich finde, es ist auch schon mal ganz gut, das zu sagen. Also Global Perspectives bilden sich bei uns ab nach innen und außen, im Großen und im Kleinen. Die Sonnenseite. Natürlich weiß ich, dass wir in diesem Land Armut haben. Wir haben in diesem Land Verhältnisse, die wir alle nicht wollen. Wir haben soziale Ungleichheit. Wir haben Städte, die wir nicht brauchen können in der Zukunft. Erst recht, wenn wir sehen, wie sie sich entwickelt. Aber alles ist eine andere Qualität als die Länder, wo unsere Kollegen herkommen. Und deswegen ist es Sonnenseite. Saudi-Arabien. Kein Partnerland der Entwicklungspolitik. Keine Panzer. Zurückgehende Rüstungsexporte. Wir treten aktiv ein, Kleinwaffenexporte zu verhindern. Die Kleinwaffenexporte sind runtergegangen. Ja, Sie können es gestern... Nein, Sie sind runtergegangen. Und noch mehr. Sie sind runtergegangen durch uns in dieser... ...durch uns in dieser Legislatur. Und ich sage Ihnen noch etwas ganz Wichtiges. Fünf Prozent davon in Entwicklungsländern. Auch ganz wichtig. Jede Waffe findet ihren Krieg. Wir sind dagegen. Wir machen das nicht und das recht nicht mit Saudi-Arabien. Zu Ägypten. Ich habe überhaupt nicht rumgeredet, sondern ich habe gesagt, wir haben klare Maßnahmen ergriffen. Keine Erhöhung der offiziellen Entwicklungshilfe an die Regierung, aber Stärkung der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das ist das Problem am Ende. Ich meine, wir können sie uns nicht backen. Aber was wir tun können, ist zum Beispiel eine Schuldenumwandlung zurückhalten, weil wir sagen, diese Politik machen wir nicht mit. Und dann frage ich mich mal, wenn ich über die Antwort Europas nachdenke. Ich habe eben gesagt, völlig unzureichend. Unzureichend, humanitär, menschenrechtlich, ein Armutszeugnis für Europa. Aber wo ist denn die Afrikanische Union? Was glauben Sie, wie ich mich gefühlt habe, als die Afrikanische Union und Sadak die Wahlen in Zimbabwe als free and fair bezeichnet haben? Wer fährt denn nach Eritrea und redet mit diesen Leuten? Warum stimmen afrikanische Unternehmer mit ihren Füßen ab? Warum geht mehr Kapital aus Afrika raus als rein? Nein. Ich meine, wir müssen doch alle Seiten betrachten. Natürlich haben wir eine Mitverantwortung. Entwicklung findet in jedem einzelnen Land statt. In der Verantwortung der ganzen Gesellschaft, insbesondere der Eliten, der Politik, der Wirtschaft, die dieses Land tragen. Das muss man doch sehen. Deswegen müssen wir alle zusammen dafür sorgen, dass es anders ist. Äthiopien, wir arbeiten gerade eben nicht mit der Regierung zusammen. Ich könnte Ihnen noch andere Beispiele nennen. Wir haben die Privatwirtschaftsförderung in Äthiopien aufgekündigt, weil es keine Privatunternehmen sind, sondern staatlich gelenkte Parteien haben Unternehmen. Was machen wir? Zivilgesellschaft fördern. In Eritrea sind wir überhaupt nicht tätig. Eritrea sind wir gar nicht tätig. Im Sudan sind wir auch nicht tätig, sondern Sudan ist übrigens auch kein Partnerland. Das Einzige, was wir im Sudan machen, ist humanitäre Hilfe für die armen Menschen in Darfur. Und ansonsten treten wir dafür ein, dass tatsächlich auch Kriegsverbrecher und Menschenrechtsverbrecher überall auf der Welt, überall auf der Welt strafrechtlich verfolgt werden. Und das Programm, was Sie nennen, das Programm, was Sie nennen, ein EU-Programm, wo ich persönlich ausgeschlossen habe, dass die GIZ in unserem Auftrag genau in diese Komponenten reingeht. Sondern das Einzige, was wir machen, ist Aus- und Fortbildung für geflohene junge Männer aus Eritrea, die mit den Füßen abstimmen. Warum? Weil es einen zeitlich unbegrenzten Kriegsdienst dort gibt. Wenn Sie da wären, dann könnten Sie sich nicht darauf verlassen, dass Sie irgendwann mal in einen Beruf gehen, sondern Sie wären diesem Regime ausgeliefert. Und für diese Menschen schaffen wir eine Perspektive, ehe Sie sich in die Hände von Schleusern begeben müssen über das Wasser. Die Kambodscha und die Evaluierung. Kambodscha haben wir sein gelassen, weil wir nicht als Feigenblatt für eine menschenrechtsverachtende Politik stehen wollten. Natürlich haben wir daraus unsere Lehren gezogen, aber schauen Sie sich mal an, wie ist zum Beispiel Außenpolitik, wie wird sie evaluiert? Wie viele Kriege hat Außenpolitik verhindert? Wie wird denn unsere Sozialpolitik evaluiert? Wie viel Nutzen hat Kindergeld für Kinder? Das ist evaluiert worden. Wir in der Entwicklungspolitik machen das. Seit Jahr und Tag. Wir haben sogar vor fünf Jahren ein deutsches Evaluierungsinstitut gegründet. Unabhängig. Wir haben KfW und GIZ über unabhängige Experten in der Evaluierung. Wir wissen relativ genau zu sagen, ob unsere Mittel ankommen oder nicht. Und deswegen sage ich Ihnen, ein Beispiel war, wie können Sie verhindern, dass wir keine Mittel für Menschenrechtsverletzungen aufwenden? Weil wir niemandem dieses Geld in die Hand geben. Dafür mag man uns als vielleicht zu wenig partnerorientiert kritisieren. Aber ich bürge dafür, stehe dafür ein, dass die Mittel des BMZs der deutschen Entwicklungspolitik nicht für solche Zwecke missbraucht werden können. Deswegen haben wir die Verfahren, die wir haben. Und ich glaube, sie haben sich bewährt. Ja, herzlichen Dank, Herr Kitschelt, auch für Ihren engagierten Beitrag auch nochmal zu zeigen. Und das verstehe ich gut. Hier ist jetzt nicht das Wirtschaftsministerium, nicht das Finanzministerium, nicht das Landwirtschaftsministerium. Weil ich glaube, schon sich hier alle auch sehr bewusst sind, dass wir auch in der deutschen Regierung ein großes Problem haben mit Konsistenz, mit Kohärenz. Und auch in dieser Regierung gibt es widersprüchliche Politiken. Ich finde es gut, dass Sie hier sind, hier waren, sich den Fragen stellen. Und wir werden demnächst auch eine Veranstaltung zu Ägypten haben. Da werden wir dann vor allem mit dem Wirtschaftsministerium sprechen. Danke erst mal. Ja? Okay. Eric, time is running out and a shrinking space as well. I would like to ask you, give us a last spirit, a last idea, a last wish. What do you wish us from us? Two messages. There is one for civil society organizations there and the second one for development partners present in the room. The civil society present. There is need for transnational, transcontinental solidarity to intersect, to see that human rights are indivisible, interrelated and universal. There is also need, especially for civil society organizations working in areas where political powers use cultural relativism to erode the universality of rights. To use those arguments, especially within cultures that represent or align with the universality of rights such as the freedom to associate, to assemble, to express oneself with minimum state interference. And then the second thing for civil society organizations here is that there has been a trend within the last few years to play victim, to complain, and to always find cause to just speak about the problems consistently. And someone said yesterday, the day before yesterday when we were meeting there, that, you know, there is the possibility that we will keep complaining over and over, but we are not getting solutions to our generations and to our reality now. The thing that we need to do is stop thinking about the solutions and act on what we feel is impaling our heart with passion for social justice. And for finders and development partners here, there is need to break new grounds for accountability, for methodologies of the work in different contexts, in different regions and continents. There is need for, how can I put it? There is need for, when Maina Kei was speaking about the role of international funders in affecting associations, sometimes domestically, there is need to investigate that. And for those of us who are funders here, to be very introspective and think about how our methodologies have been effective and maybe, how maybe they need to be revised, changed, and revamped through the new realities. For all of us, there is need for defiance and resistance to laws and policies and practices that we feel are inconsistent with the shared values we have as humanity for advancement and for the welfare of all of us, regardless of these artificial boundaries we have created amongst our nations. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Well, I... Oh, sorry. I have to... I think my last word here is that for civil society like us, be persistent and I, you know, civic space have been shrinking, but we have to remember, you know, to maintain our mandate and being objective. That should be the ground rule, but also my message to international community, including the diplomat or UN special reporter and other key actor, you know, to stand with civil society. I think with your support, you know, regardless financial, but, you know, to stand with civil society like us, it's led us to feel that we are not alone and we are fighting the battle together. And this is very important to support us. Thank you. Thank you. Thank you very much. Just two things, three things. One is to thank the Secretary, State Secretary for coming for this function and for sitting here, getting a bit of heat, but thank you for coming. I think it's actually a nice thing. And as someone does civil society work, it's nice to see that happening. And just to clarify that, you know, let's make it clear that the things you hear me and most of us say here, we will say them to African leaders if we get a chance. And when we get a chance, we say them. This forum here is in Germany. It's about Germany. So we will focus on Germany. So we're not, and I think it's, I think we're not excusing what happens in the rest of the world and trying to make a comparison. I think it's not a right thing to do, but I think it's here. We're in Germany. The focus is on Germany to try and see how Germany can do better because actually we're here. Those of us who are not German who are here came because we believe Germany can do better. It's simple as that. We believe we can do better. And we expect you to do better. That's why we're here. I think that's very important. And I think the, and the last thing to say, the last thing to say is as we're looking through this, there's some things that I've learned in the years I've been rapporteur. And that is there's a lot of good lessons you can learn from different countries and a lot of good lessons you can learn from the south. And I think that for all of us here who are in Germany is perhaps try and use more south-south relationships and partnerships to advance causes in different countries. And not only that, actually, there's a lot of lessons we can learn from the south to the north. And I like to point out at Latin America and how Latin America over the last 15 years has managed to challenge and change the discourse on LGBTI at the grassroots level in a way you cannot believe. 15 years ago, every Latin American you met was serious homophobe. Today, they will vote in for gay marriage. How did that happen? So I think Europe has an issue right now in dealing with this xenophobia and otherness and tolerance. And maybe you should learn from the Latin Americans, bring them here to teach you, yes, teach you how to talk to your people and become more tolerant. I think there's a space for that. So let's look at this thing as a partnership among all of us. And I'm not saying it's a joke. I think it's very important. Because if we're going to be a global humanity, then we've got to accept that some people know how to do things better than we do. And that's the reality of things. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Ein langer Tag, ein langer Abend. Ich fühle mich vor allem auch durch unsere Gäste aus allen Regionen auch die letzten Tage heute Abend wieder sehr, sehr bereichert, weil es einfach Mut macht, wie sie trotz schwerster politischer Bedingungen für ihre Rechte kämpfen, mit vielen guten Ideen unterwegs sind. Wir können uns davon, glaube ich, auch was den Mut angeht, alle eine Scheibe davon abschneiden. Und auch ich schließe mich und das mache ich öfter und mehrere Male. Ja, wir müssen solidarisch miteinander sein, mehr denn je. Wir müssen uns zusammentun. Und da haben wir auch über die Global Perspectives Konferenz der letzten Tage einen riesigen, großen Schritt vorangetan. Ich möchte mich nochmal bei allen Ihnen ganz, ganz herzlich für die Beiträge bedanken. Mich bei Ihnen für Ihre Geduld bei den Übersetzerinnen für über zwei Stunden toughe Arbeit. Ich möchte Ihnen sagen, dass wir als Heinrich-Böll-Stiftung sehr, sehr intensiv zu dem ganzen Thema der sich einschränkenden demokratischen Spielräume für Zivilgesellschaft beschäftigen. Wir haben ganz viel Material für Sie auf unserer Website, wo Sie auch vieles nochmal vertiefen und nachlesen können. Auch viele Länderbeispiele. Nehmen Sie das in Anspruch. Und ich möchte darauf verweisen, dass wir am 3.11. Eric wieder bei uns haben werden. Da wird es nämlich einen Filmabend in der Heinrich-Böll-Stiftung geben, Afrika Queers. Wir werden Filme zeigen, Dokumentarfilme und auch eine weitere politische Diskussion dazu haben, wie es LGBTQIT-Personen in Afrika ergeht und wie sie ihre Kämpfe organisieren mit viel Fantasie. Sie haben das noch als Verweis und jetzt sind Sie zu Wasser und Brezeln eingeladen. Und bitte guten Appetit speziell für Sie. Sie sind herzlich willkommen. Okay? Thank you so much. Thank you.